Nr ja ja äh wo geht's weiter oh schon die die Spawner ab ja klar wieso nicht ich sehe ich da drüben guck mal wenn die nirgendwo städtische Wienzermis Bonner Mauer Ich brenne, ich brenne, ich brenne Verpiss dich, Alter Muss den abbauen Ohne Witz Geekhoff, 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 Geekhoff Nein Wom, Wom hat den abgeblockt, Alter Boah, die bin ich einfach so richtig gut, ey Fax, Geekhoff, was? Zwei Herzenscheiße Ich bin voll live Ja, sicher Ja, klar Meine ganze Pfeilis-Netzwerk, so ein Scheiß Weißt du, wie viele Pfeilis es hier auf der Map gibt Ich weiß, aber ich will jetzt nicht nochmal hoch Spinne, Spinne, Spinne Nicht schon wieder so eine Scheiß OP Spinne Das ein Enderman Ich muss den Scheiß Borna abbauen, aber ohne Spitzake wird nichts Alter, da hätte ich mich aber fast runtergehauen Aber man würde... Aber man würde... Enderman gekillt Ich muss hoch Aber ich will nicht hoch Aber ich muss hoch Spawner abbauen, weil das Creeper spawnert, Alter Okay, Spinne Ich hab meine Fackeln vergessen Weil alles vergesse ich, ey, ohne Witze Hör ein Leben Echt, ich hab voll live Mach mal da 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 Nein Weil das wird schieben War nicht sehne Ja, aber was bringt es mir, wenn ich jetzt hier bin Ah, Mama Ich verpiss mich jetzt, nein, 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 sie tötet mich nicht Okay, ein Leben Ich seh hier echt auch nix Ja, schon, deswegen Ich komm jetzt auch noch mal hoch, weil ich nix seh Oh, fuck, wo ich die... das Vieh... oh, Mann Egal, jetzt kann ich mich nicht weit gehen, bis dann noch weiter, Alter Ja, schon Ohne Witz jetzt Toll, jetzt sind hier draußen auch noch riecher, man Das locker mal acht Zombies oder so Ich hab noch... ich hätte noch einen anderen Bogen dabei Ach, komm schon, ich bleib jetzt noch mal vor Ja, komm her, komm her, Alter Ja, komm, Skelett, töd mich los Abloch Jawoll Alter, was hier abgeht, ey Also wenn, wenn das wirklich... wenn das wirklich so weit geht, dann muss ja eine Kiste sein Keine Ahnung Kann ja schon kaum anders sein Gäu Das sind dieses Bonner Alter Das sind die Besponer weise die Mäbe ich ja nicht ohne die müssen in meinem Livestream zu zocken ja sicher die Lohre Alter einfach viel zu viele Monster wie in Zombie Pigmen auch noch ja klar übertreib Alter mit meinem OP-Schwert geht das alles ja aber die Nacht hier ist einfach so krass sogar draußen sterb ich jetzt echt? ja müssen einfach mal 5,6 kommen ja Alter, jetzt musst du die Lok überleben ja ohne Ausrüstung oh und ohne Schwert, oder? ja und die stehen halt gleich an meinem Spawn ja klar komm schon, lass mich in Ruhe ja, 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 ja ja, ich hab nächste Wolle ja, ich hab's glaubt geschafft ich hab's glaubt geschafft ich hab die Nächte Wolle, ich bin hingekommen nein wo bist ich? im Ernst? ein Alpes Leben ja, wo kommt die Zombies her, Alter? ja, ja, ja wo kommt das fucking Spiel? Alpes Leben zweites Mal net hier mit wir sind einfach so viele Monster echt? geht eigentlich nein, jetzt ist auch nochmal ein Bett zerstört wo ist wer geht's aufgrund und um ich glaube, ich hab den gewinnig auf jeden Fall zwei W sn Naja, ich hab gar keine. Ich brauch Leben, ich brauch Leben, ich brauch Leben. So, jetzt erst mal ein bisschen Ausrüstung. Ich fang jetzt nochmal ganz von vorne an. Mach das. Ich hab zwei Skype-Nachrichten, vielleicht hätten wir doch zuviert spielen können. Egal. Ah, nicht ich killen Zombie mit einem Schlag. Ey, schlafen kurz. Ich war ab kein Bett. Ich bin aus dem Bedinger gerade am Hochgehen. Ach, wohin geht es hier? Ja, komm jetzt. Du hast gesagt, die Map geht nicht so lang. Ja, normalerweise geht es ja auch nicht so lang. Oder wie ich hier mit meinem Schwert alles kaputt mache. Du bist ja auch fast fertig. Ja, bin ich ja. Du musst halt mal... Hast du überhaupt schon eine DIA-Rüstung? Nein, ich komm jetzt da nicht mal hin, weil nachtisch. Ach so, ich werde gleich mal getötet. Da war ich als Irrschtes. Ja, ich auch, aber wenn ich verreck. Wie kann man da verrecken, wenn man eine DIA-Rüstung hat? Äh, ja, ich bin schlecht. Ja, ich merk's. Wie kann man da sagen, ich kann hier sagen? Da ist ein reinigener Schaden. Ich habe einen Stein hingeworben. Oh, wo? Oh, wo? Oh, wo? Ich bin gerade ein Minizeb gefasst. Aus der Welt geschlagen und ich habe alles dabei. Ich habe alles dabei. Alter 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 Das war der jetzt bisschen tragisch Ja, macht das Lecomio Leu, Feuerzeug mit Schärfe 3? Ja Leu Leu Ich brauche, ich brauche Okay Oh Wo stehender man? Ah, kommt die weg, Scheisskelett Eskelett mit einem Schlag tot Na, Leute In Ernst? Also Schnell in mein Haus, in mein Bunker, oh mein Gott Okay, 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 okay So, jetzt muss ich noch irgendwo Die dritte Wolle finden Ich brauche noch mal Ich brauche noch mal eine Kiste Unbedingt Die setze ich jetzt Äh, 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 hierhin So Flamme 1, Stärke 1, das brauche ich alles nicht, das brauche ich nicht Äh, Effizienz, Rückstoß, oh Ne, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich alles nicht, nein, 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 nein Ich glaube, hier gerade nur dumm rum Echt? Ja Warum denn? Weil ich irgendwie verkackt kann Warum denn? Weil halt Ich gucke jetzt, wie ich das noch retten kann, aber ich sterbe halt immer Soll ich dir was geben? Rüstung Ne Wo zum Teufel Ich seh dich dahinten, ah, du bist aber voll durchlöchert Weil ich weiß nicht Wo ist jetzt die dritte Wolle geben soll Ah, ich weiß Du weißt es? Ja Ich kann gehen Ich hab nicht mal die Irrste Also Berühmt nicht Aber ehrlich gesagt, Schumpern musst du gar nicht machen Wieso? Weil ich hab Ich hab kein Jump'n'Run gemacht und ich bin zu der Wolle gekommen Wie bist du da hingekommen? Besser gesagt, ich bei dem Jump'n'Run gar keine Wolle Was ist da? Nix Das kann gar nicht sein, wie bist du da hinkommen? Also Zu dem Jump'n'Run musst du ganz hinten zum Haus und dann nach unten gehen Ja Ja Und dann bist du beim Dann bist du falschrum beim Jump'n'Run Echt? Ja Wir können sonst freuen Ich weiß es nicht Du weißt es Ich weiß es Ich weiß es echt nicht, wie man andersrum reinkommt Aber da unten ist nix Als auch, da muss was sein Aber ich war auch falschrum in den Jump'n'Run drin Ich hab meine Pfeile mal wieder vergessen Ich fang jetzt von vorne an Ach das Alter, ich war die Klebe wieder getötet, ey Puh, meine Tierrichtung steht noch Wow Ich hab sorry Ich hab schon zwei, zwei verzauberte Dia-schwerter Aber ich hab' nur das aus den Kisten geholt Loll! Das ist ein Zombie mit Ei haben um einen Sondenskinder stört Neuver Achter und die auch noch weiter oder oder ach Gott da kann man auch noch ach du Kacke was hier geht's ja auch noch weiter wo hier unten bei der da wo die Kaputik Brücke ist ja hab ich gar nicht gewusst aha weil das nämlich auch Eisenblecke Jonas da kannst du dir eine Rüstung machen ich weiß das ist so ein Schwachsinn drin der Kriste aber ich finde die wollen nicht Moniwitz oder Verzauberungstisch ich habe ein 30 Level immer toll ja sicher ach komm Kacke nein 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 Lani nieter meterwarzschiff was und das nein alter das gibt es nicht, ich habe mir gedacht ich habe ich meine dritte Wolle ja und? ich hab dich nicht ich weiß ich hab kein Plan ich hab eigentlich alles abgesucht es gibt keinen Platz mehr du weißt wo es ist ja so ungefähr weiß toll Bruder er ist nicht gut und heute wird es nicht gut nicht ich finde ich bin mit Verzauberten Spinnen da gibt es bei so ich komme nicht raus doch jetzt ehrlich gesagt ich hab keine Ahnung wo noch was sein könnte denn weil mich er hat sie ja bloß zwei von diesen Räumen n 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 ich glaube rot und gelb was fehlt in der Norden und Jonas ja es geht keine Stunde so so er hat normalerweise geht es auch nicht auf dem Wissen du bist e n e wer schon mit dem Verlust ich bin nie gestorben wenn man die Winsen nein im Leben nicht ich hab zwar immer noch keine Wolle egal ich bin einfach das Bruchte wo auch so ich hab für was und ich weiß nicht ja ich ohne und auch mal zu so ich lasse erstmal mein OP-Schwert daheim falls ich sterbe auch hier bin ich jetzt cool ich hab ganz schön rumkommen schnell gehen n n n n n und bräuchte nicht das wohl nicht n wir gehen so n n alles klar Kahn Kaka 2 4 und so 3 4 Prozent und so 3 dort kochen alles nicht nicht so gut er tut mir leid Feuer Resistenz Maha die Blöde diese Köln Rischblöde und Kuh so früher ist es in zwei Ressistenz haben wir noch ein paar Blöcke der jahre haben wir dann würde ich einfach mal sagen Let's Fets was du hast jetzt die Wolle nein nein aber Let's Fets auf die Suche gehen für die dritte das beruhigt mich nein was nein oh nein was ist jetzt passiert ich bin auf der Welt gefallen wie das äh ich bin rausgesprungen keine Ahnung wieso okay ich muss mir unbedingt mal das anschauen später was du gemacht hast wenn ich glaube ich hatte die erste Wolle echt ich habe es ja nicht aber ich war glaub auf dem richtigen Weg dazu na auch wie oft bin ich jetzt gestorben äh fag Jonas du hast recht was am Ende des Jump'n'Runs ist was ja sag ich doch oh fuck oh ne ich habe jetzt alle Wolle und ich habe es gerade gesehen ich muss das auch das Jump'n'Runs schaffen und wieder zurück aber hat mir 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 ich weiß was besseres ich weiß was besseres was in dem Raum wo die Piers sind immer noch nicht ich habe das nicht mehr da bist du jetzt nicht mehr da bist du ja da bist du ja da bist du ja da hast du davon nur kein Eisenschwert da ich bin jetzt das stimmt sein er ist aber ich habe keine Spitzhacki ich bin jetzt mal da wo die Diasse nach oben die Spitzhacki er hat das mehr auch passiert Kumpel alles da lassen und und der Welt warum das ich will nicht zurücklatschen okay was denkst du na, Whatsapp ich glaube ich latsche da jetzt zurück ja, ja oh je da hast dich aber getäuscht ja ich merk's brauchen wir deine Eisenspitzhacki ja oh, Creeper alter 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 ich gewinne das noch voll die gute Idee jetzt oh Gott da sind ganz viele Creeper alter hier läuft ich gut nein, jetzt habe ich schon wieder meine Spitzhacki vergessen ich laufe halt gleich wieder hin ohne Spitzhacki ja, das ist gut ja, so, ich glaube das reicht alter ich will das nicht, danke 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 so äh, hier hat's keinen Platz und so legen wir mal hier alles ab hast du es jetzt geschafft ich muss das Jump in one run run noch halber schaffen halber ja schlecht sie muss da hinten erstmal wieder hinkommen war jetzt hab ich grad Hoffnung wieder und du versaut alles ja weil ich schon eine Wolle hab nein, ich hab Clay eine Wolle echt? ja hab Clay die dritte, jetzt wird es Nacht ich hab kein Essen dabei wo hab ich das Fuck Essen hin, wo hab ich das Fuck Essen hin hier hab ich's nicht mitgenommen hallo, Essen, komm raus boah, das wird so wunderbar spannend zum Schluss ne, wird's nicht ok ich weiß ich wollte dir plus Hoffnung machen oh, danke bitte weil jetzt kommt Sache so raus, oh scheiße, ich hab die ja gar nicht aufgenommen ja, ja oh, mir fällt grad auf, die FPS-Anzahl, ich hab ich ja gelb anstatt Brot oh nee, nee, ich fand gut echt? ah, bei dir vielleicht bei mir ist die gelb bei mir ist die gelb im Ernst kratsch so ja, 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 danke für den Boost so, jetzt der runter was war da noch mal drin? Geschwindig- lol, Geschwindigkeit und Direktheilung egal, brauch ich nicht wo jetzt hab ich Holz vergessen voll jetzt hab ich voll ins Mikro gepusht nein ich bin doch so blöd, alter ich bin einfach so schlecht in PvP-Maps oder in Battle-Maps du musst ja nicht mehr PvP machen und Adventure-Maps oder in alle das ist ja eher so so wie willst du es jetzt nennen? das ist ja eher so 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 ne, das ist ja eher Strategie Strategie ja okay, diesmal nehme ich alles mit sogar Holz du musst du hast das letzte Mal vergessen ja okay, Jonas Jonas, ich ab gleich die Wolle Mannu du musst dich aber noch hochbauen ja, das hab ich auch schnell gemacht na, stimmt ich hab ganz viel ich glaub ich hab fünf, sechs Team Tier, das so ja, alter dann willst du dich damit hochbauen irgendwie ja, klar so dann kann ich ja stimmt toll ja, ich hab die Wolle ja, ja, ja ja, ja, ja ja, 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 ja ganz viel Wolle scheiße, 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 scheiße weißt du was, weißt du was dann sag dir nicht, dass man das Jump in Run machen muss, oder? ja, hast du neig gemacht nö äh, wie bist du da hinkommen? ja, ich hab mich einfach mit Kappel rüber gebaut ja, das darf man ja nicht ja, wer sagt das? steht, vorne steht ein Schild dran wo? vorne am Anfang kommt Jump in Run nee, steht's klar nicht doch nein doch wo denn? steht vorne dran, ich weiß es, ich hab das Schild vorher gesehen ja ja aber das steht nicht in die Richtung, wo es Jump in Run ist doch, klar nein, das steht in die andere Richtung, wenn's nach oben geht warte mal, ich komm mal schnell zu dir ja, teleportier dich zu mir nee, ich flieg kurz ja, oder mach das was magst du, Alter? wo bist du? ja, da unten ja, siehst du mich? nee hier unten, hier unten jetzt nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, viel zu weit wieso, das Lava Jump in Run ja ja, was bin ich denn ja, eben wo gehst du nach, wo gehst du hin? hier ja guck die Schilder stehen, stehen in die andere Richtung ja, dann stehen die halt falsch, die müssen auf jeden Fall ja, toll du da nicht rüber ja, das hat niemand ja, toll, woher soll ich das wissen, wenn die Schilder falsch rum am Strand stehen ja, dann wirf deine Wolle einfach kurz weg und mach's kurz ich eh nicht so schwer ja, klar ich eh echt nicht schwer okay, dann musst du aber du wieder und vielleicht kommst du jetzt da weg dann musst du aber rüber okay nachher die Schilder das ist nicht schwer und nein bei Null die Quer anchor God achthünüz , nicht gehören Nö 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 3.0 in die Gilder ich habe nie geblendet als Musik Ruh und Monster 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 ganz viele Monster zu viele Monster so weiter Alter jetzt passiert ihr muss gleich die Werte all ich mache ich dich kann gehen es klappt warum ich die ganze Zeit die Staubenden ja klar du scheiß Zombie schock mich doch nicht darunter Tor aber was soll die Karte hier los geht gehen da kannst du ja auch wohl und es sind ja nicht total schwer ich wohl leicht aber ich habe es verständlich du weißt dass ich scheiße bin ich habe er hat es bei der Art Tricks 17 3 3 3 3 was mit monstern bei mir g bei mir auch viel zu viel hat jemand Heiko Porto die was ich die Schwierigkeitsstufe easy 3 mann ich treffe das Scheißwasser nicht was würdest du machen trefft das Wasser nicht ist da unten wenn ich runterspringen von der von der Stadtplattform und so Scheiße jetzt kann ja noch aufholen ja ich werde gerade auch die ganze Zeit getötet ich sehe bei nichts im Chat ja aber jetzt habe ich auch zwei Herzen ja Enderman komm ja 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 ich bin drüben ich bin drüben Aaaaaaa Aaaaaaa kann man nicht machen nein 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 Aaaaaaa 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 an sich der ist da kommt ja nie wieder hin ohne Witz setzt es kommt dann nie mehr hin jetzt weiß ich wie sich ohne Sachen ja aber ich bin das wichtig ich bin das wichtig ich bin euch